Köln, Metropole am Rhein. Der Dom, die Hohenzollernbrücke, nicht wegzudenkende Wahrzeichen einer pulsierenden Stadt. Doch etwas stört das Panorama. Ich liebe Köln. Was mich aber hier stört, ist, dass der Kölner Dom, seit es den Kolonius gibt, nicht mehr das höchste Gebäude hier ist. Und das werden wir sofort ändern. Mittwoch, 11.27 Uhr. Der Kolonius ist verschwunden. Tja, ich bin vor allem erleichtert, bin zufrieden. Es war ein Riesenprojekt und ich glaube, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Wie lange arbeitet man an so einem Projekt? Ich habe ungefähr sechs Monate mit meinem Team daran gearbeitet. Wir waren abhängig von sehr vielen Faktoren. Die waren heute alle vorhanden, vor allem das Wetter. Es war der perfekte Tag für hoffentlich die perfekte Illusion. Und wo ist der Kolonius jetzt hin? Wo der Kolonius ist? Keine Ahnung.